Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich sehr, 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 sehr lange gewartet habe. Denn ich habe vor, das ist jetzt schon bestimmten Monat her, bei Nimya bestellt. Das ist die eigene Beauty-Brand von Nikkie Tutorials. Denn sie hat eine Lidschattenpalette rausgebracht, die mich wirklich ziemlich leckrig gemacht hat. Wenn man das so ausdrücken darf. Wir werden heute also die The Palette testen. Wir haben einen neuen Lipgloss und ich habe tatsache etwas nachgekauft, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es wieder nachkaufe. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr erfahrt, ob sich das lohnt oder ob es vielleicht etwas ist, was man auch gut und gerne mal überspringen kann. Tatsache ist es mittlerweile schon recht spät. Ich bin ja eigentlich ein Freund davon, früh zu drehen. Aber dadurch, dass ich in dieser Woche sogar, wenn ihr das Video seht, gefühlt innerhalb von fünf Tagen durch ganz Deutschland toure, wollte ich so ein bisschen vordrehen und es kam passenderweise die Palette raus. Ich zeige euch erstmal die Palette. Die Verpackung davon ist wirklich schön. Ich mag sehr, sehr gerne, muss ich sagen, diese Kombination aus dem Blau und aus dem Orange. Hier ist einmal Nikkie drauf. Auch der Look ist schon wirklich gut. Und das ist The Palette. Also hier sind 15 Farben mit drin mit insgesamt 15,5 Gramm. Das Ganze war nicht so teuer, wie ich gedacht habe, aber es ist natürlich auch kein Drogerie-Make-up. Das Ganze ist hergestellt in Italien, also auch hier in der EU. Und Nikkis Beauty Brand ist eine europäische Marke. Die sitzen in Holland. Und raus kam dieses Schätzchen hier. Und ich muss sagen, erst habe ich gedacht, so puh, auf dem Foto sah es so ein bisschen boring aus, ne? Weil es ist einfach orange. In echt fühlt sie sich sehr, sehr gut an. Sie ist sehr hart. Es ist ein richtig schöner, orangener Metallic-Look und sie sieht sehr hochwertig aus. Wir machen sie mal auf. Wir haben in der Palette einen Spiegel mit drin, auf dem ganz, ganz leicht Nymia geschrieben ist. Und wir haben wunderwundervolle Farben. Was mir sofort auffällt, und das ist so ein typisches Beauty-YouTuber-Ding, glaube ich, dass du ohne Probleme die Palette umklappen kannst, dass der Spiegel weg ist. Weil meistens habe ich einen großen Spiegel hier und will dann die Palette kompakt in der Hand haben. Also sie passt perfekt in die Hand. Es ist von der Größe her vielleicht wie so ein iPad Mini. Also sehr, sehr groß. Die Fändchen sind schön groß und quadratisch. Und wir haben eine Vielzahl an Farben. Auch als ich sie in den Fotos gesehen habe, dachte ich mir so, boring. Aber erstmal, Niki ist sehr natürlich an Farben, was das Ganze angeht. Und gibt dann immer so ein Pop-Off-Color. Das haben wir definitiv auch hier mit drin. Aber jetzt, wenn ich rauf schaue, und dieser Aufblick nennt man das, ist die doch gar nicht so langweilig wie gedacht. Denn wir haben wirklich viele verschiedene Texturen. Wir haben Mats, wir haben Schimmer und wir haben so, ich denke mal, Topper. Und auch diese klassischen Braun-Töne sehen sehr, 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 sehr schön aus. Die werden wir gleich testen, bevor wir das aber machen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor, ja, das ist jetzt, denke ich, schon ein Jahr her, die Nimiya-Produkte getestet. Die gibt es jetzt auch bei Douglas, in großen Douglas-Filialen auch stationär. Das ist schon krass. Aber ich habe viele der Produkte aussortiert. Und ich sage euch ja, warum. Die blauen Drops haben für mich nicht unbedingt viel gemacht. Der Under-Eye-Cooling-Stick, den habe ich gar nicht benutzt. Und die Creme hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie war aber sehr intens. Also sie war sehr, sehr reichhaltig und so ein bisschen klebrig. Perfekt für Full-Coverage-Make-up. Aber dadurch, dass sich mein Make-up auch so ein bisschen geändert hat, war das nicht mehr passend. Und ich habe zu wenig Foundation für diese Creme benutzt. Ein Produkt ging mir aber nicht aus dem Kopf. Und das war das Set It and Forget It Fixing Spray oder Setting Spray. Auch hier der Geruch. Ich habe ihn schon fast vergessen. Ich werde mich wahrscheinlich gleich wieder daran erinnern. Der ist gespannt. Vielleicht gefällt er mir heute besser als früher. Aber auch hier. Packaging ist sehr, sehr schön gemacht. Du hast einen guten Pumpskopf. Und ich fixiere jetzt mal mein Make-up, weil ich es gerade eben nochmal abgepudert habe. Er ist sehr intens. Der Duft ist da. Immer noch da. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Oder, ach hier, den Ventilator habe ich auch noch. Ob er eventuell ein bisschen zarter geworden ist. Eine Sache, die ich sagen muss. Es ist Tatsache eines der besten Setting Sprays, wenn ihr auf so einem leicht glowy Finish steht. Man muss den Geruch mögen. Ich finde, dass er jetzt ein bisschen, vielleicht bilde ich es mir wirklich nur ein, leichter geworden ist. Aber ich kann darüber hin wechsingen bei einem Fixing Spray, weil das verfliegt dann recht schnell. Wir sind aber alle hier für die Lidschattenpaletten, Freunde. Und deswegen sage ich, los geht's. Das Spray kann richtig schön einsen. Ich habe mein Make-up auch bestimmt schon, ja, jetzt ist es 15 Uhr. Ja, neun Stunden habe ich schon drauf. Übrigens, meine Pinsel mit Letizia sind wieder back in stock. Also, wenn ihr da noch was haben wollt für Weihnachten, Link ist unten in der Infobox. Wir starten mal. Ich glaube, wir starten erst mit einem Auge. Und wir machen auf der einen Seite wirklich den Basic, Basic, Basic Look. Ne, wir machen auf beiden Seiten das Gleiche. Komm, das mag ich. Ich mag das nicht. Wir probieren viele Farben zu benutzen. Ich starte mal mit Brontour. Das ist ein recht kühler Braunton. Und den setze ich mir erst mal leicht in die Lidfalter. Niki hat ja auch eine ganz besondere Art und Weise, Produkte zu benutzen. Das ist mir meistens zu aufwendig, bin ich ehrlich mit euch. Deswegen starte ich erst mal so, wie die meisten von uns wahrscheinlich starten würden. Ich habe jetzt keine feuchte oder grob feuchte Base. Ich starte einfach mit einer leichten Hand. Und bronze so ein bisschen mein Auge. Brontour, die Farbe oder der Farbname passt auch ganz gut. Der ist auch nicht, und das finde ich ganz spannend, vielleicht erinnert ihr euch an die Palette mit Beauty Bay. Die hat mir persönlich gar nicht gefallen. Die hier ist jetzt vom Feeling her ein bisschen cremiger, also nicht so pudrig, nicht so trocken. Oh Gott, ja stimmt, ich erinnere mich. Da habe ich so einen Shitstorm für bekommen. Das Ganze machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Ihr wisst, ich liebe diese monochromen, braunen. Manche sagen langweilig. Ich sage mega, mega schöne Looks für den Alltag. Und dafür kann man auch, finde ich, nie genug haben. Ich weiß, wir haben schon recht viele Paletten, aber als erster Schritt für eine Indie-Brand, wie Nimiaya ist, da ist ja kein großes Estee Lauder oder was weiß ich mit hinter, ist das in Ordnung. Ich blende das Ganze aus mit B4 Basic. Das ist so ein etwas hellerer Cremeton, mit dem man sehr gut ausblenden kann. Das ist auch etwas, was Niki, glaube ich, auch immer oft macht, dass sie viel mit helleren Tönen dann ausblendet. Und das macht dann auch schon den Unterschied. Also du siehst es sofort, ne? Es ist gar kein Kickback. Du kriegst damit einfach einen viel, viel weicheren Blending-Effekt mit hin. Und die ist sehr, sehr pigmentiert für so eine laxige Farbe. Schön natürlich, schön zart. Wir werden jetzt sukzessive immer dunkler, Freunde. Ihr kennt das Spiel bei mir. Ich nehme einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Sassy Classy. Und die setze ich mir hier in die Lidfalter und blende dann gleich mit dem ersten Pinsel schon mal so ein bisschen aus. Ich gehe immer hin und her. Ich werde immer, immer dunkler. Baue mir die Farbe auf. Die ist jetzt nicht so, wie ich gedacht habe, so weg. Was ich aber per se nicht schlecht finde. Die Farbe lässt sich sehr gleichmäßig ausblenden. Ist recht kühl. Und dann gehe ich noch so ein bisschen in Never Boring mit rein, um es wieder ein bisschen aufzuwärmen. Ist jetzt erst mal schlicht. Wir machen mal auf der Seite, auf der anderen Seite weiter und setzen uns die hier hin ohne Schnitt einmal. Ihr seht das, ich platziere das Pigment hier in der Lidfalter und wechsle dann meinen Pinsel und blende das Ganze aus, dass ihr es auch einmal sehen könnt, wenn ich das nicht schneide. Das gefällt euch meistens ja wirklich immer sehr gut. Ihr seht das, es funktioniert. Es geht recht schnell. Und man kann die Farbe ja dann immer wieder aufbauen. Ich verdunke mir das Ganze noch weiter mit Herbst Heaven. Das ist alles so ein bisschen holländisch. Und hier blenden wir wieder aus. Ihr seht das, es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Das ist jetzt wirklich basic, basic, basic. Aber das ist okay. Das bleibt nicht so versprochen. Sehr schöne Farben. Was mir sehr gut gefällt und da habe ich nicht gedacht, dass das so ist, ist, dass die Farben nicht so leuchtend sind, sondern die sind sehr kühl. Wisst ihr, was ich meine? Also die meisten braunen Töne sind immer so super warm. Da ist sehr, sehr viel Orange mit drin. Hier gar nicht. Hier ist es sehr, sehr kühl, was das Ganze wieder ein bisschen besonderer macht. Ich möchte mir als allererstes den unteren Wimpernkranz bearbeiten. Und da gehen wir jetzt auch natürlich in die Farbe Royal Family. Das ist dieser schöne Königsblauton. Passt auch perfekt. Und den drücke ich mir jetzt erstmal hier an die Lashline. Oh ja, das ist blau. Ich probiere auch nicht zu weit runter zu gehen. Sehr pigmentiertes Blau. Krass. Ich könnte es sogar auch direkt hier so ein bisschen auf die Wasserlinie geben. Mal schauen, wie lange das Ganze hält. Aber perfektes dunkles Blau. Und dann blende ich das ganz leicht aus. Was mir sofort auffällt, und das finde ich auch echt gut, dass mir das auffällt, ist, ich war ja nicht so überzeugt von dieser Beauty Bay Palette. Aber Niki Tutorials ist natürlich eine Institution im Beauty Game mittlerweile. Und sie hat schon Ahnung. Und ich glaube, wenn du alleine etwas rausbringst, ist das auch nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen dauert sowas ja auch noch tausendmal länger, als wenn du es in Kooperation mit einer anderen Firma rausbringst. Die Kontrolle ist eine andere. Weil wenn ich ein Produkt kriege aus der Produktion und kann dann da noch persönlicher und schneller reagieren, das merkt man hier schon, finde ich, dass es sehr, sehr gut ist. Ich gehe ganz leicht in Brr-Brr und blende das hier unten so ein bisschen aus, dass es ein bisschen weicher ist. Nur weil mir ein Produkt nicht gefallen hat, heißt das nicht, dass ich nie wieder was von ihr kaufe. Weil das ist sehr, 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 sehr schön. Gut auf. Und jetzt seht ihr auch, das ist schon sehr pigmentiert. Ist das eine Pressed Pigment Palette? Nee. Also blau, top. Die nudigen Töne auch. Wir ziehen uns jetzt mal eine Cut Crease. Und machen dann weiter mit einem Schimmerton. Ich nehme mir einen flachen synthetischen Pinsel und gehe als allererstes in die Farbe Final Boss. Das sieht so ein bisschen duochromig aus. Das schimmert so ein bisschen zwischen Rot. Das ist duochrom. Rot, grün, braun. Sehr spannend. Und dann drehe ich den Pinsel und gehe in die Farbe Level Up. Und dann ganz vorne in Mr. & Mrs. Tutorials. Ich überlege die ganze Zeit, mit welcher Textur ich das vergleichen kann. Mir fällt jetzt aber spontan nichts ein. Also die Duochromes kannst du mit Natascha vergleichen. Auf jeden Fall. Bei den Schimmertönen weiß ich es noch nicht. Weil die sind zwar super metallisch, die sind aber nicht so cremig cremig, sondern eher so toppermäßig cremig. Sehr, sehr spannende Textur auf jeden Fall. Mag ich gerne. Ich gehe noch ein bisschen in Disco Stick. Und setze mir das vorne hin, um mehr Cut zu haben. Also die Schimmertöne sind 1A. Ein bisschen Fallout mache ich mir einmal weg. Und habe einen sehr interessanten Look. Ich mag das ganz gerne. Wir könnten Tatsache sogar... Komm, wir gehen noch ein bisschen in Never Ending. Und machen das hier ein bisschen länger. Wisst ihr, worauf ich Lust habe? Ich möchte mir noch ein orangenes Inner Corner Highlight geben. Das ist die Farbe Fuh. Fuh. Und setze ich mir hier hin. Schieß Popping. Kannst du sehr, sehr gut aufbauen. Und dann gehe ich ganz leicht in Disco Stick. Und packe das da noch mit rüber. Love it. Mit ein bisschen Mascara sieht das Ganze natürlich gleich ein bisschen passender aus. Lashes wären jetzt auch krass. Aber lassen wir. Ich möchte unbedingt noch was für die Lippen benutzen. Und zwar gibt es diese Glosse. Die sind jetzt auch nicht damit erst rausgekommen, sondern schon vor einer Weile. Ich habe mich für die Farbe She Said What entschieden. Ein schimmernder, nudiger, etwas hellerer Ton. Ich trage ihn erst mal so auf. Uh. Uh. Und er riecht ähnlich wie das Nimmjahr Zeugs. Aber bei weitem nicht so intensiv. Ich mache eine Lippenkombi. Lippenstift und Lip Liner sind drauf. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Gloss rüber. Yes. Crazy. Das ist kein klebriger Gloss, sondern wie nass. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und das, Freunde, ist mein fertiger Look mit den neuen Nimmjahr Produkten. Beziehungsweise der neuen Nimmjahr Palette. Ich muss sagen, sie gefällt mir sehr, sehr gut. Also gerade, dass hier so ein paar Duochrome Töne mit drin sind. Ich swatch euch jetzt hier nochmal die Farbe Supreme Queen. Der ist sehr weich. Brr, brr. DiscoStick mag ich persönlich super, super gerne. Also die Schimmertöne sind 1A. 1A. Die Mads sind auch nicht schlecht. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, ungesehen. Aber die Schimmer sind schon sehr intens. Und du kannst damit auf jeden Fall spannende Looks mitmachen. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Palette sagt. Vielleicht habt ihr sie ja schon. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen damit. Interessiert sie euch? Wie sieht eure Meinung zu den Produkten von Nimmjahr und Digi Tutorials aus? Schreibt sie mir bitte unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.